Willkommen zurück zu der neuen Folge Womps Clan Wars mit mir und Peter und Jay und Jay. Ich musste gerade überlegen, was ich tue. Scheiße, das wird aber alles nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Deswegen muss ich halt anders machen. Der Druck ist real, Bram. Der Druck ist real. Der Druck ist echt real, ja. Das muss ich von hier aus, glaube ich, machen. Aber vielleicht fühle ich mich dabei selbst. Das ist doch lächerlich. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Alles richtig gemacht, Bram. Ich meine, ich finde schon nicht geil, dass du auf mich gegangen bist, aber hey. Bin ja nicht auf dich gegangen. Du hast Kollateralstand, da tut mir auch sehr leid. Das fand ich jetzt einfach scheiße, der Start. Wenn ich die zwei Gelben da unten zusammenkriege, das explodiert, wird das fast mit hochgehen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das reicht. Nicht mit was Fetten. Glaub ich nicht. Aber wenn du auf das Fassrecht schießt, Peter, wo der Rote neben steht, dann wirst du auf die Fahrrad schaffen. Hast du von da aus? Boah. Das ist leider nicht mit runtergerutscht. Der Schaden, der auf die Gelben kommt, ist trotzdem immens. Overtime. Overtime. Hoffnung war, dass die Mine weiter nach links geht. Da geht noch ein Stück. Oh, ich wüsste, was ich machen würde. Das hätte ich nicht gemacht. Oh, oh. Im Wasser. Geht das nicht so gut. Was genau ist dein Plan, my friend? Ich habe gedacht, ich kann da hinten rüber, aber das funktioniert ja alles nicht. Das blockiert mich ja hier alles. In meiner... Das hätte ich nicht genug. Oh, 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 oh. Ach. Einen Schaden, glaube ich. Das ist schon mal angenehm. Das ist wenigstens die Kacke weg. Danke. Mit einem Schaden riskiere ich. Oh, Peter, das ist natürlich jetzt. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Möchen. Ich habe ja keinen Fallschirm oder sowas. Das wird nichts. Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich Fallschaden kriege. Deswegen versuchen wir mal safer zu machen, ne? Ich hoffe mal, dass ich jetzt dich da mit einer Meppen Süd baller. Wow, der Flammer aus... Nice, Jay. Ich wollte da weg von der Ecke. Okay. Da habe ich den Schaden in Kauf genommen. Ja, dann verstehe ich. Aber er ist trotzdem jetzt doof gelaufen, wo er da sitzt. Naja. Oh. Jetzt könnte ich hier Wasser spülen. Der Salzstreuer. Das ist ein Fingerhut. Das ist ein Salzstreuer. Das ist ein Fingerhut. Das ist ein Salzstreuer. Das ist ein Fingerhut. Das ist ein Fingerhut. Das ist ein Fingerhut. Unten ist da so ein Behälter, wo der Salz ist. Ich mache jetzt mal Ende auf der Map. Und... What? What? Genau. Amageddon muss man sofort zünden. Auch wenn das nicht optimal ist. Als ob du ein Amageddon bekommen hast, oder was? Das habe ich jetzt auch schon leider nicht mehr gesehen. Oh, nee. Die haben angefangen. Aua, 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 aua. Oh, jetzt kriegt Zepp die auch ab. Ohohoho, jetzt sind sie alle unter dem Wasser. Guti. Oh, da war noch eine Mine. Da sind wir auf dem Wasser. Oh, no. Wir hörten die Scheiße mal endlich auf. Okay. Kann sein, dass ich tot bin. Kann das jetzt endlich vorbei sein? Ja, ich bin tot. Zepp ist tot. Ich bin tot. Zepp ist schnell wieder tot. Ich würde sagen, ich habe am meisten abgekriegt. Oh ja, jetzt. Nein! Nein! Da sehe ich mich. Wie geil der geflogen ist. Ja, komm der auch noch mit runter. Nein! Zepp ist echt tot. Ich habe gesagt, ich bin tot. Ich habe gesagt, ich bin tot. Ich habe gesagt, ich habe gekillt. Ah, schauke ich noch ein Stück. Wuii! Jetzt haben wir das Perpetulum Mobili wieder gestisselt. Irgendwas war mit meiner Facecam komisch? Ich klatsch nochmal. Sorry. Ja, du bist dein Bild. Falls sie jetzt verschwunden ist, dann ist das meine Schuld. Aber das ist mir egal. Ey, die ist nicht verschwunden. Die war irgendwie noch gar nicht da. Ich bin das nicht. Ich bin ja schon tot, oder? Ich bin auch noch drin. Ey, der ist da noch drin. Was ist das? Was soll die Scheiße? Warst du damals nicht dabei? Das hatten wir schon mal. Irgendwann wird das aufhören. Irgendwann hört das einfach auf. Dann wird das aufhören. Aber das letzte Mal war das irgendwie schneller. Du musst da mal nah ran zoomen und dann nicht mehr die Maus bewegen. Dann schumpelt die Kamera mit. Dann geht der mit ihm auch so. Das ist richtig heiß. Huiiii. Huiiii. Alter, bleibst du noch weiter rauszögern meinen Tod hier, du. Ja, tut mir leid. Sepp, du klangst so, als wenn man auf Toilette muss. Wir kriegen voll auf den Sack. Alter, was ist hier? Auf jeden Fall danach sind meine Würmer auf jeden Fall sauber. Okay, reicht jetzt für über 10 Minuten. Wir hatten jetzt das Armageddon. Jetzt ist es vorbei lustig zu sein, Worms. Jetzt wittert wieder schneller. Das wird wieder schneller. Das wird wieder schneller. Das wird wieder schneller. Das wird wieder schneller. Was ist denn hier los? Vier Würmer sind da oder so drinnen. Guck mal, wie der Nacht geht jetzt wieder. Guck mal, wie der Nacht geht jetzt wieder. Jetzt sind sie alle einmal gestoppt. Kann man hier irgendwas machen jetzt? Nee, oder man kann jetzt nichts machen? Aber wir geben dem Ganzen. Ich sag mal, wir geben dem mal eine Minute oder so. Gucken wir mal. Ein bisschen der Waschtrubbel. Also irgendwann hat das damals aufgehört. Irgendwann hat damals das Spiel einfach reagiert, meine ich. Wie schneller. Nee, das hat einfach aufgehört. Also zumindest in der Runde, wo ich dabei war. Die hören auch nicht auf, höher zu gehen, wa? Nee, deswegen. Oh! Das wird immer ein bisschen weniger. Und wieder ein bisschen mehr. Und wieder ein bisschen weniger. Und wieder ein bisschen weniger. Ist das bescheuert, ey. Und wieder mehr. Und jetzt wird das wieder mehr. Herr Brand, du hast dein Spiel kaputt gemacht. Nee, das war die Kiste. Und unsere Regel, dass man dann sofort zünden muss. Oh, oh, oh. Vielleicht jetzt? Oh, wird wieder mehr. What the fucking hell. Hä? Was die Welt brennt und die drei Würmer, die schubbeln sich da unten ein. Das ist ja schön. Die schieben aber auch immer, weißt du? Sepp schiebt dann aber auch immer deine Mutter an. Und deine Mutter dann letztendlich Sepp. Wie geil, ey. Er ist schon irgendwie behindert. Boah, könnte ich jetzt den ganzen Tag zugucken, ey. Irgendwie beruhigend. Was machen wir denn jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Lass dich doch mal explodieren, Bram. Das würde ich ja gar nicht tun. Aber das geht nicht. Oh, dann weiß ich noch mal was anderes. Ich habe jetzt fast nicht viele Möglichkeiten leider. Ich kann halt nur Spiel verlassen drücken. Ja, das ist die Waschrummel des Todes, sag ich mal. Ja, wir müssen ein anderes Spiel starten. Ja, dann war ja lustig bis dahin. Ja, dann sehen wir uns. What the fuck? Zurück aus der Waschrummel des Todes. Neue Runde. Ja, ist geil. Roger Rogerson ist am Start. Boah, Peter macht wieder einfach so langweiler Runde. Ne. Wenn Peter Schaden macht, dann heißt das auch schon was. Tage erste Runde von mir. Lame. Peter, lame. Das sieht aus wie ein Vogel jetzt. Hier ist ganz schön was los. Was machen wir denn? Der Pinky und der Brain. Da spielt's egal. Nur mit den kleinen? Ja. Naja, ich hab's hier mal gewechselt. Okay, das ist crazy. Nur mit den kleinen Spielen. Ich hab keine Ahnung was die machen. Ich wollte das einfach mal testen. Also der sieht echt aus, von der Größe her auch wie so ein Kitzler. Also die heilen halt, wenn die dran sind, glaub ich, in der Umgebung. Und die lösen keine Minen aus. Die kleinen, also die Brainies auch? Oh oh. Alter, das war knapp. Ich glaube schon, dass die Brainies keine Minen auslösen. Das ist ein bisschen der andere noch nach da unten. Wobei ich da jetzt nicht... Wir spielen normalerweise, also, dass die dicken Meter sind, das hat ja schon einen Grund. Ja. Hoffentlich. Ja, einfach mal testen. Meiner jetzt. Gut hat da Fässer stehen, ey. Das ist scheiße. Aber... Irgendwie auch nicht gut. Also da einfach mit der Cluster versuchen, die Fässer alle zu zünden. Ja. Wirklichkeit. Nicht so schön. Wenn wir keine Zeit lang gezeigt, doch. Ja. Nee. Wow. Boah. Boah. Hey? Die Explosion ist jetzt 19. Okay gewesen vom Schaden? Ja. Würde ich auch sagen. Aber... Aber... Der Impact, den die Kleinen gemacht haben, ist jetzt nicht so geil gewesen. Er hat sich um 5 HP geheilt jetzt gerade. Die waren natürlich... Mega stark. Achso, ich verstehe. Ja, aber gut. Wenn du dann näher noch welche dabei gehabt hättest von dir, hätte der die auch geheilt. Na, Amagerl und Bram? Na, Amagerl und Bram? Oh, nice. Ey! Oh, Alter, hat der den voll weg. Vorsichtig mit Wasser. Wasser kann tödlich enden. Was soll denn das? Ja, testen wir da doch direkt mal aus, ob die die auslösen oder nicht. Ja, die lösen aus. Die lösen aus. Und, Feuer! Oh, danke schön fürs Löschen, Jay. Gerne. Der hat den am Gesicht gelöscht. Oh, der hat gut Damage gekriegt dadurch. Auch noch Damage gekriegt. Hat er Damage gekriegt hier, ey. Oh, ich glaube, das ist oben. Günste dir! Oh, nicht. Hey, hey! Bravo! Wie geht es dir, mein Freund? Ganz ehrlich, wenn du den jetzt wegmachst, Peter, ja? Dann werde ich dich immer als den Truthan von Timmy bezeichnen. Hey! Ne, Göppels! Was ist das denn? Achso, okay. Ne, wobei, das stimmt nicht. Du bist Dr. Oettinger. Tacke, welcher ist denn jetzt dran? Oh. Ah, schlecht für den Kleinen. Ah, schlecht für den Kleinen. Das ist eigentlich schlecht für den Kleinen. Schlecht für den Kleinen. Oh, oh. Das ist gut für den Kleinen. Oh, nein! Das ist schlecht für den Großen. Eins auf die Beine überleben. Ja, komm, ey. Komm, machen wir. Alter, der Fette kam nicht die Anhöhe hoch. Okay. Das gibt's doch nicht. Cool für mich. Guck mal, jetzt hast du da nämlich... Ah, guck mal, in der... Genau, in der... Ja, aber was kann ich da mit dir jetzt machen? Das ist halt echt so ein Problem. Du fliegst da hoch, weil du ewig weit fliegen kannst und haust Pedaler da runter und holst dir die oberste Level. Weil du würdest mich aufgrund des Fasses da nicht dran vorbeischießen. Okay, du machst das trotzdem. Und tötest dich selber. Das ist okay für mich. Hä? Ich glaube nicht, dass ich mich damit selber töte. Der nächste wird zwar dran sein, aber danach kann ich noch mit dem anderen wieder was machen. Du wirst mich ja auch nicht daran vorbeikriegen, ganz fast. Ne, ich meinte den 32er. Ach so, ja gut. Was soll ich denn mit dem Mann? Kann ich eh nix dran tun. Wir sind ja wieder hoch, ey. Ah, diese Anstrengung. Was ist denn heute eigentlich so warm, ey? Ich dachte der Sommerwürfung war heute 30 Grad in fucking Osnabrück. So, jetzt kannst du ja den Platz da oben holen, Bram. Ja, macht er sich auch. Leider tatsächlich smart. Fuck. Aber er ist ja nicht komplett seins. Auf die Mine? Ah, schade. Hallo? Wer bist du? Ich bin der Peha! Der ist Opa Gicht. Opa Gicht. Ja, und Opa Gicht befolgt die Befehle von dem Peter. Von Göbel! Ach so. Nicht Dr. Oettinger. Was denn jetzt? Nein, der befolgt die Befehle von, von, äh, Goebbels, aber er ist Dr. Oettinger. Okay. Und du stehst doch da scheiße. Dieser kleine Vorsprung da ist ebenfalls scheiße. Jetzt muss ich echt komplett runterlaufen. Ja, komm mal her, Peter. Komm mal zu mir. Ich da? Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. Schieß auf deine Kante. Oh nein! Peter, du bist so dumm. Du bist so dumm. Das wurde dir angezeigt aber vom Interface. Ja, der zeigt aber auch häufig rot an, obwohl du trotzdem dran vorbeischießen kannst. What? Echt? Wann war das denn? In welchem Leben denn? Bei Nates beispielsweise. Weiß ich nicht. Ich sag euch das dann nächstes Mal nochmal, wenn ich das seh. Okay. Reicht das? Nicht für ganz raus. Ja. Klar reicht das. Ich würd deinen Baseballstecker dafür benutzen. Ich kann sowieso nichts machen. Ich würd nein sagen. Ich bin unten gebummst bin ich hier. Ach komm hier. Das ist auch nice unten gebummst zu sein oder nicht? Ja. Ich mein, die Alternative wäre nur ins Gesicht gefickt zu werden. Ob das jetzt so geil ist? Was ist mit dem Bereich dazwischen? Was ist mit dir falsch? Muss man denn Aerogon Zone ein bisschen streicheln oder was? Ja. Ja. Hehehehe. Oh, nach rechts. Ah, dann hat er den Zwecke halt angesehen. Ja, passiert. Schaden wurde gemacht. Warum auch? Ach, wegen dem Fass, ne? War das jetzt dein Plan? Drei Leute sind da. Der Plan ist simpel, Peter. Das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Loll. Was bist denn du für ein Anti-Göbelz? Ich merke schon. Bram sieht mich nicht als Gefahr mit den Würmern anzusetzen. Obwohl, die konntest du gar nicht abschliegen, äh, wegschlagen. Ne, das stimmt. Die konnt ich beide nicht wegschlagen. Aber du kriegst mich auch nicht so schnell da, äh, da schnell wegbewegt. Ich werd dich da nicht wegkriegen, ne. Du kriegst mich halt getötet. Aber nicht mit einem Schlag so einfach... Robbel die Katz. Was ist denn das hier für ne Scheiße jetzt? Hier unten ist Kacke, hier ist der Tal der Verdammten. Der Tal der Verdammten. Peter hat da schon wieder mal seinen, ich mach keinen Schaden-Move gemacht, okay? Nächste Runde mach ich schaden, keine Sorge. Dr. Oettinger, bitte. Peter hat schon viele Sorge mit dabei. Peter hat dann echt noch keins getrunken, ne? Trinkt nie den Dreck. Natürlich. Machst du doch jeden Tag eins auf. Machst du doch die ganze Zeit. In der Dose immer. Das ist Schultenbräu. Das ist immer leckeres Red Bull. Dr. Oettinger. Bist du auch deren Fußballmannschaft? Was ist mit der Fußballmannschaft von Dr. Oettinger? Ich unterstütze auch deren Fußballmannschaft. R-O-S-V. Welche denn, Peter? D-R-O-S-V. Alle. Oder auch Drossel. Ich bin ein echter Fan. Ich bin ein echter Fan. Hast du auch ein Trikot an, Peter? Von allen? Sieht dann aus wie eine Bierdose. Sind alle unter meinem Peatsmeat-Shirt sind die Trikots. Alle drei. Ne, aber jetzt zu deiner Verteidigung, muss man kurz sagen, dass das da nicht mehr rot war. Also... Ja, aber ich hab zu wenig Schwung gemacht. Dachte ich hätte genug Schwung gemacht. Okay, das kann natürlich sein. Wollte ja nicht so viel Schwung machen. Beachtet, dass es nicht rot ist. Aber Bram, da vorne ist noch so'n roter, ne? Den können wir wegmachen. Du bist so dumm. So, Bram, mach mal deinen Zug. Okay. Ja, wenn du mich jetzt triggern möchtest, dann mach ich jetzt mal den Zug. Alle wollen sie weg. Was machst du da für'n Scheiß? Oh-oh. Mach den Selbstmord-Move. Na, ist kein Problem. Das reicht nicht. Weil der überlebt. Warum hast du den denn nicht... Der überlebt! Das ist natürlich jetzt... Das ist nur ein Problem, oder? Das ist nur ein Problem, oder? Ne, das ist jetzt kein Problem für dich, oder? Ja. Ich glaub, die beiden da oben von mir werden eh sterben. Ich glaub, der überlebt mit am längsten. Oh-oh. Oh. What the fuck! Das ist natürlich jetzt optimal gelaufen. Time out! Oh, Sepp, ey, du hast richtig Glück da unten. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, was mach ich denn mit meiner Scheiß-Posi da unten? So. Au. Glück und Unglück. Zwei Folge hintereinander! Zweimal am Agenon. Also, jeweils einmal am Agenon. Wie abgefahren ist daten, ey. Ich glaub, ich bin raus. Au. Oh, der... Au! 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 Alter, der fickt mich hart, Anal! Aber Pina müsste noch leben, oder? Der 66er unten. Und noch ein 66er, ja genau. Und ich glaub, Sepp libt komplett. Oh, nur rö, ey. Ich glaub, hier oben die sterben jetzt. Ich hab nicht einen Schaden gekriegt. Wie geil! In welcher Reihenfolge bestimmt der jetzt eigentlich wer wie explodiert? Blöp. Blöp. Toll. Jetzt konnte ich immer noch nicht testen, ob jetzt die Yeris total scheiße sind, oder nicht. Okay, nice. Leift. Herr Braben, war eine gute Runde. Ah, nice. War der mit Abstand unsmarteste Move, den ich hätt... Wobei, das konnte ich nicht wissen. Ja, okay, aber dass du nicht mal Damage gekriegt... Also nicht mal genug Damage gekriegt hattest, war auch schon nicht schlecht. Ja, aber dat ist ja auch schwer zu kalkulieren. Dat ist richtig. Setz auf zwei Würmer. Ist dat der 66 der stärkste von dir, ne? Aber... Leg da einfach ein Dynamit neben. Den hab ich nicht mehr. Okay, dann nicht. Hab ich schon. Das kann der gar nicht mehr verlieren. Dann kick ihn einfach raus. Ja, bumm. Komm, 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 komm. Nein! Das Medizinpäckchen bekommst du nicht, Peter. Oh Gott, ich hab... Zwei Würmer mit 26. Was ist jetzt das wahrgeste Move? Wie soll ich aus dieser Schose rauskommen? Weil... Weiß ich auch noch nicht. Ich hab keinen... Ich hab noch Angst an... Hier zu ersaufen. Ich hab auch nix. Peter, ich bin für dich. Erstmal wartest du jetzt 24 Sekunden. Erstmal wartest du wieder 20 Sekunden. Bau den ein! Komm runter, komm runter, Peter. Die Zeit... Ja, Peter, die Zeit muss doch weggehen vom Sand. Ja, das hab ich jetzt erst verstanden, was du von mir wolltest. Peter... Ja, das ist gut jetzt. Aber auf der anderen Seite dann... Oh. Na, okay. Hättest du nicht springen dürfen. Ja, hab ich dann auch gesehen. So gewinnt man das Spiel nicht, Peter. Wird jetzt eh tricky. Sagt der, der tot ist. Ja, wobei, wie soll der dich töten? Komm ich hier raus. Oh nein! Okay. Ganz ehrlich, bei Ser pack ich mir mit den Bomben so oft an den Kopf, wa? Die Kamera ist auf den anderen Bomben gegangen. Also ich kann mich auch nicht teleportieren, leider. Schmeißt einfach was rein, so einen kleinen Hückel. Du hast die Teleportgun. Du hast die Teleportgun. Stimmt. Oben an die Ecke. Ja, aber mach erst mal dat. Das ist gut. Da hat ja noch Zeit. Erst mal warten wir noch mal kurz. Ja. Komm, was rum? Wir müssen mal ganz kurz überlegen, was ich hier mach. Was ist das denn? Das ist ne heilige Handgranate. Wär schon nice, wenn du das jetzt da reingeschmissen kriegst. Aber ich geh davon aus, dass das fehlen wird. Ich geh davon leider auch aus. Uuuh, nein! Call weg. Okay. Du hast zumindest ne Adventure Map für Sepp daraus gemacht, zu dir zu kommen. Also das muss man schon mal sagen. Sepp hat auch noch nen Teleport übrig. Ja, ich weiß. Ich muss wohin. Den musst du jetzt töten, den Wurm. Das ist der einzige Telewanzer, ja. Das ist sowas zur Priorität. Ja, 200 HP. Komm, jetzt kommt die Banane direkt dahin. Wie willst du das jetzt machen? Banane rüber. Banane ist noch nicht so weit. Banane ist noch nicht so weit. Banane ist noch nicht so weit. Banane rüber. Aber scharf könnte tatsächlich sein, dass der dann wieder runter fällt. Ja. Oder zurück kommt. Das kommt ja schon. Das kommt nicht zurück. Nee, das scharf wird schon rüber. Ich würde mir nur vorstellen, dass das halt nicht weit genug läuft. Oh, jetzt könnte es eng werden. Lass da hängen, lass da hängen. Oh, scheiße. Peter? Hm? Hast du Schanzen, Peter? Kannst du mir erzählen, warum du vorhin die Münzen nicht geholt hast? Ähm, weil ich in denen totgesprungen bin. Nee, nee, nee. Mit dem 200er Wurm. Mit dem 200er habe ich das Heilungsding geholt. Der wollte die Zeit wahrscheinlich nicht noch länger triggern lassen. Ähm, egal. Ja, ich dachte mir, weil mit den Münzen könnte man noch nicht gehen. Ich würde mich ja geilen Stuff kaufen. Wieso habe ich keinen... Leertaste musst du drücken. Was ist das? Hä? Aha! Boggy, Boggy, Boggybomb. Das ist jetzt natürlich unge. Der trifft. Das könnte gut aussehen. Oh! Ja, Peter. Jetzt müssen die Teleport-Skills ran und dann schlägst du den irgendwie nach Meppen-Süd in 200er. Oben an die Ecke. Nee, noch musst du nicht. Noch musst du nicht. Ja, aber er kriegt ja langsam Probleme, oder? Nee, noch muss er nicht. Ab nächstes ist der 131er dran. Das ist richtig. Stimmt auch wieder. Oh, du hast recht. Dann schmeißt er... Na dann. Das ist jetzt zwar mega mies, denn wir jetzt alle gegen Seth sind, aber... Nein! Das macht mir so gut, der Peter! Jetzt noch die Banane. Jetzt noch die Banane Schöne muss es sein, Peter. Oh, der Peter macht das so gut. Oh, ich hoffe, wenn du mir gattest. Ich habe nicht viel Zeit, leider. Oh, das war nicht so gut. Oh, wie geil! Oh Gott, das ist eine Mine! Ich Idiot! Peter! Ich fahre runter! Ich fahre runter! Du hast ihn runtergehabt! Ja, und? Du bist so lecker! Du lebst noch, alter. Der hat zwei Leben. Ich raste aus. Nein! Rumwechsel. Ja, mir egal, du dann. Boah, ich muss dann nur zwei Leben dem abziehen mit einer Banane. Das wird jetzt ein bisschen tricky werden. Guck mal, die ist gelb, by the way. Ah, das ist Sepp! Habt ihr das gesehen? Die ist rot. Nein, rot meine ich. Das Ding ist die ganze Zeit rot. Die ist aber immer rot. Bei den Dingern nicht. Die war zu stark. Er reicht. Der war's. Oh! Alter, dann platzt die noch so behindert. Das ist ja leider auch gereicht, wenn ich nicht in die Dingens gelaufen wäre. Ja, zweimal Armageddon. Armageddon war ja... Nice. Kann man mal machen. Peter hat dafür am meisten Schaden gemacht. 1029 Gegnerschaden. Das ist nicht schlecht. Guck mal, ich habe 844 Schaden erlitten, Junge. Einfach Armageddon einmal tot. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.